das ist eine tolle idee ist es mal ausprobieren aber es sieht so aus als müssten wir da lang ach lebt erreicht du bist doch kacke danke das war gut das war jetzt nicht okay spiele also hier sind wir schon karte aktualisiert okay gut alles klar ach guck mal es ist ein geheimgang hier oben an der seite dann ein geheimgang ok ok Das Fenster! Er kommt durch das Fenster! Okay, da komme ich nicht... Alter, was kommt denn da für eine ganze Horde um die Ecke? Mensch, du komischer Zeitungsartikel! Bleib doch mal weg! Heilige Stahnesklaus! Äh... Lelelelelelel... Dann machen wir das ganze noch mal! Käpt'n! perfekte kann ohne dafür hier muss ich mir ein knarre jetzt ein bisschen aufheben schockhammer scheiße alter was ist das für eine bumme das ist wahrscheinlich was von aha die waffe von denen hier danke dass du dir festgehalten hast ist ja mega ok also mit durch rennen ist dann nicht viel nachladen ist okay alles klar okay dann haben wir jetzt noch diese doppelte schock haben wir jetzt dann nehmen wir die zwei mal immer wir laufen ja durch wie rambo ist ja noch schlimmer ein bisschen übertrieben oder ok immer noch mal die granaten mit granaten karl granaten stark hoschi moment ich werde allein gleich ein ende machen mein dude sollst du nicht denken dass ich die vergessen habe da geile knarren alter geile knarren ja wohl jetzt aber da hier ist ich die früste aber heftig geil so moment hier mega gente ausgelenken richtig geil richtig dann danke dass ich da noch mal drüber nachgeguckt da ist doch einer keine ahnung wahrscheinlich sein 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 tut sein kollege ich sag immer du dich das irgendwie das hat sich so scheiße eingebürgert bei mir das darf doch nicht wahr sein hey yo captain jack you can fuck all yeah thank you yeah kommt hier aber wie ich das liebe alter wie geil ist habe ich doch das gute idee wo schießt der ist ja gar nicht nach unten gleich sagt jawohl den haben wir Wo wurde er denn denn? Mist! die waffe die hat was aber ohne aber ich denke wir sind noch nicht fertig okay die musik aber vorbei wort da hat man nach genau das heißt dass man wechseln hier ist ja so die knarre sind ja der hammer hammer sind ich kann nichts sei normale munition da geht es lang brauchen wir zwar nicht aber was soll im kreis laufen dann drehen wir da mal kapitel 3 burg wolfenstein das finde wesley bin in der burg wesley muss hier irgendwo sein alles klar ach du scheiße was ist das denn das ist das zimmer ego ich dachte ich könnte mal eine braten die waffe eingangshalle die alte eingangshalle war einst der praten krachtvollste teil der burg hier ist könig otto wichtige besucher willkommen alles klar könig otto und jetzt hat sich hier hier ist es dieses ah wo geht doch mal hier oh blesko ach da du glaubst doch wohl nicht dass du mir dann kommt kannst aber was bist du denn für ein das ich habe ja gerne kommt noch mal so ein riesen fetten bänse an die ecke und das ich habe ja gerne noch mal so ein riesen fetten bänse an die ecke und das die kommt die baube suchen direkt da weg und jetzt nicht die ist mir zu klobig also noch ist so das wie immer 10 auf ist so ich hab nur noch zehn schuss mit der hier das heißt dann wird jetzt hier damit weiter geht dann mal hier mal gucken ich kann hier hinterher alles so für den dicken wenn sada was so teils verbesserung hast du hast vorteil freigeschaltet okay alles klar muss aber jetzt hier wieder voll sein 10 von 20 schade warte da